Hallo zusammen. So, diese Folge wird eine bekannt machen werden. Also ich habe ja jetzt eine ganze Zeit das Spiel Age of Cone Unchained gespielt und ich muss leider sagen, das fetzt jetzt nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Das heißt, es wird keine weiteren Folien geben. Ich werde mich anderen Projekten widmen. Danke euch aber fürs Zusehen und hoffe, dass ihr die anderen Projekte mit derselben Begeisterung schauen werdet wie diese hier. Ich danke euch, wünsche euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend. Bye! Bis zum nächsten Mal.